Oh oh. Hallo. Hast wohl gedacht, dass du dich vor mir verstecken kannst. Oh oh, ja. Guck mal deine Fresse an, du Fresse. Tschüss. Ist die Alte hier drin tot? Oh ja. Wie praktisch. Alter. Das ist satt. Ah, Elektrofot. Das ist aber... Hä? Das ist aber ein interessanter Elektrofot. Den nehme ich mit. Uuuuh. Hi, Veronica. Willst du mit mir ins Bett oder was? Ich werde jetzt nicht geschlafen. Habe ich jetzt hier einen Ort entdeckt? Ich weiß. Das ist schon wieder... Das ist viel zu weit weg von allem jetzt. Nee, nee, da waren wir nicht. Ich gehe jetzt da vorne noch irgendwie so ein bisschen was entdecken. Eins, zwei Dinger. Und dann gehen wir in die Vault da hinten. Da vorne ist zum Beispiel auch ein freundlicher Typ. Vielleicht auch hinter der Wand. Das sieht versperrt aus. Ja, toll. Oh, hier in ganz alten Motels. Hallo. Hallo. Das ist aber kein guter, gesicherter Eingang hier. Und es ist... West Side West Eingang. Okay. Hallo. Ich habe was von einem Kurier gehört, der gedöns drüben auf dem Strip macht. Ich bin da. Hat wohl mehr als nur die Post gebracht. Ja. Das ist richtig. Okay. Ja, das reicht. Guck mal auf der Map hier. Äh, guck mal, da sind wir. Okay, ich dachte... Ich dachte, ich wäre irgendwo hier. Okay, dann gehen wir jetzt hier. Ich habe euch versprochen, wir gehen jetzt in die Vault. Aber jetzt trinke ich was. Und dann... Gucke ich einmal kurz, wie viel ich aufgenommen habe. Okay, wir haben ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt quasi schon die nächste Folge. In der letzten Folge habe ich mich schon auf den Weg hierhin gemacht. Aber jetzt gehen wir hier rein. Jetzt gehen wir hier rein. Pilze. Die wachsende Champignons. Oh, 22 betreten. Äh. Wie ist es dazu gekommen, dass es hier so schön ist? Weiß nicht. Warnung. Systemintegriertalett verletzt. Unautorisierter Login. Entdeckt... Ja. Okay. Ich dachte, ich müsste es mal überlaufen. Hallo! Elevator. I'm going to the elevator. Ah! Und geht es durch. Was ist der, äh... Ist der keine Gegner? Hallo! Ich bin misstrauisch, weil die keine Gegner sind. Aber ich... Es ist so schön hier. Geh mal weg. Veronika. Veronika. Jetzt nicht. Geh mal weg jetzt hier. Aktivieren. Terminal. Warnung. Laut Systemdiagnose. Wurde der Speicher beschädigt. Inventar prüfen. Inventarinformationen werden abgerufen. Ja. Die sind Gegner, aber die werden mir nicht angezeigt. The Plants Kill. Ist hier irgendwas? Ist das hier oder was? Wo soll das hier sein? Oder ist das unten? Guck mal, die lokale Karte. Ah, ich wusste, ich bin falsch. Dann halt nie. Ich weiß nicht, ob hier was Schönes zum Sammeln ist. Ich glaube nicht. Äh. 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 Oh. Oh, ja, da komme ich ja gar nicht durch. Da muss ich rein. Ich muss durch irgendeinen Tunnel. Ah. Ich muss durch irgendeinen Tunnel durchlatschen. Aber, oh. Ich glaube, ich muss wieder zurück. Oder? Nee. Warte mal. Aufzug. Den Aufzug reparieren. Äh. Scheiße, wo muss ich denn hin? Dritte Ebene. Steals. Ich gehe nicht durch die Steals. Ah, da sind... Alter! Alter, der Veroniker hatte gar nichts gemacht. Okay. Das meinten die mit Plants Kill. Okay. Weiß Bescheid. Hallo. Sind noch so ein grünes Manneken? Greif bestimmt gleich an. Warnung, laut System. Da steht bestimmt alles drin, was ich wissen muss. Hier ist bestimmt auch wieder so ein Viech. Das muss ich mal einen schönen Haufen überprüfen. Da ist ein Sporenträger. Veronika, du musst schneller reagieren. Sporenträger. Denen wir tun, die uns am... Ja. Also, ich weiß nicht, wozu... Wozu ich die Steals brauche hier. Die Sporenträger sind alle leer. Ich habe auf dem linken Ohr... Alter. Oh, ein Grobian. Der ist angeblich bewusstlos, aber ich sehe davon nix. Alter! Der hat mich gehauen. Die Schweinesau. Auch leer. Schade. Die sehen ja noch nicht mal sexy aus. Ja. Jetzt mal hier den Volt mal ein bisschen durchsuchen. Wo nicht? Was? Da bin ich wohl auf einen draufgetreten. Die Volt ist trotzdem schön. Ich mag die. Speisezusatz. Eintracht, acht und zehn, zwölf, johann, neunzig, tausend Millionen Banane. Also, ganz ohne Druck. Wir müssen jetzt hier die Sachen finden. Wie, Vorsicht. Ist hier jemand? Oder etwas? Wer denn? Wo denn? Hm. Hallo? Hallo? Da muss ich durch. Ich weiß nicht, wie ich da durchkomme. Deine Fleift. Ja, hier. Könnte sein. Äh. Ah, da. Äh. Jetzt mal eine Frage. Medizinische Notrufer. Äh. Hilfe. Warnung auf Anweisungen von Administrator Bailey muss die Tür zu den Höhlen bis auf weiteres durchgehend verschlossen bleiben. Weitere Informationen behalten Sie bei ihm. Schloss öffnen. Kein Zukunft. Freigabe von Admin M. Oh, nee. Jetzt muss ich erst einen Admin finden. Oh, ich hasse das. Ich bin der Admin. Da muss ich wahrscheinlich in die unteren Etagen gehen und dann noch was finden. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Na gut. Das sind noch zwei Etagen oder sowas. Also, wir merken uns in die dritte Etage müssen. Warte mal. Hier ist doch bestimmt wieder einer. Ja. Oh, Veronika. Ganz ehrlich. Ich hab... Ja, ich bin der aufs Gesicht getreten. Aber du hast es doch nicht anders vertraut. Mit einem fetten Bauch. Noch einer ohne Ticket oder was? Da unten. Allgemeines Areal. Das ist jetzt die vierte Etage, glaube ich. Oh, die Geräusche, Alter. Oh, Mann! Ja, ja. Ich weiß. Ich weiß. Irgendwelche Elektrokabel sind hier kaputt. Ich muss bestimmt ins Overseer's Office. Genau. Ja, 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 ja. Da geh ich jetzt rein. Da ist bestimmt der Admin-Schüssel. Hier ist aber auch nie irgendwo mal so ein Stimpack-Koffer, wa? Hallo. Guten Tag. Heute hieß ich mein Vortrag. Overseer's Office. Overseer's Office. Hier ist doch bestimmt so ein Spacken drin. Da war was. Ach so, der Stuhl war da nur. Mannschafts-Quartiere entriegeln, Datensicherung, Höhenzugang entriegeln. Ja, Mann. Dadau, dadau. Was stand hier gerade? Fehleraufhebung an der Tür aktiviert. Okay, dann ist der Top-Ker jetzt aktiviert. Ich gucke aber mal sonst hier rum, falls hier irgendwo... Oh, nee, nett. Äh, was Wichtiges ist. Zum Beispiel ein Schlüsselkärtchen oder so. Ich glaube, hier ist nix. Hier ist nirgendwo was. Deswegen gehe ich jetzt hier wieder aus dem... Oh, was hier ist? Aus dem Office. Raus. Und guck mal, was hier so rumläuft. Anschiss. Gibt's hier Treppen nach unten? Nee. Ja. Ja. Rebound. Ah, das Rebound ist für die Wettspunkte, die mir sowieso nichts bringen. Ich verstehe das wirklich nicht. Also bei Fallout 3 waren die Wettspunkte nützlicher. Warum hängt hier ein Computer? Wo, sagst du? Warum hängen hier... Das ist doch völliger Bullshit hier, ey. Völliger Bullshit. Achso. Hallo, ich hätte gerne einen, einen cooler. Ah. Okay. Wenn da keine Tür ist, doch da ist noch eine Tür. Lower Level. Ah. Dann gehen wir aber noch kurz ins Lower Level und gucken uns da, da wo wir hingehören, im Lower Level hier in der Vault. Hier sind bestimmte Viecher. Oh-oh. Oh-oh. Danke. Ah. Auf Köpfchen, auf die Schädeldecke. Hör auf. Hör auf, du leuchtest. Wacht ihr mal. Ich bin beschäftigt. Ja, ich gucke hier mal noch weiter. Warte mal. Ach ne, das ist mein Pip-Boy. Hier liegt doch noch einer. Du Schwein, du. Brubian, du. Mit deinem Loch in die Schienbeine. Ich lösche euch alle aus. Hier liegt doch auch einer. Ah, den hab ich doch gerade hingelegt. Da. Da. Ärger. Mhm. Hör. 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 damit, her damit, ne, das. Du bist eine dumme Spritze in der Sammel, Alter. Sammel ich schon mit der Scheiße. Wie die Heroinen in den Arm rammen oder was. Hier liegt nichts, hier ist nur Scheiße. Da hinten gehen wir gleich noch in die Tür, wenn wir hier alle, äh, die Dinger weggemacht haben. Hilf mir mal jemand. Ja, Mann! So, hier liegt bestimmt auch noch einer auf der Hüppel. Und halt hier, ne, auch nicht. Ich glaube, ich habe sie alle. Ja, alle sind tot. Da liegt sie. Kleines Arschlöschlein. Muss ich schon mal sagen. Hilfe! Nee. Ah, Hilfe! Alter! Das ist ein kleines... Ein Kümmerling! 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 Das ist der, der in die Ecke geflogen ist. Der ist auch der. Was ist das denn hier für eine Vault? Das ist ja voll die Sex Vault. Das ist ja eine richtige Sex Vault hier. Ich will... Wo war das denn jetzt, das Pflänzchen? Wo war das? Hallo! Hallo! So. Okay. Wo war jetzt die Pflanze? Wo hast du die ausgegraben? Hm? Ich will wissen. Ich will wissen, wo die liegt. Halt dich. Ah, da oben. Ah! Ah! Die sind witzig. Oh! Ah! Liegt hier noch einer? Nee. Oh, meine Muni! Ah! Ja, den nehmen wir mal wieder hin, den hier, was. Da, da. Den 40er Magnum-Revolver. Oh, den haben wir noch gar nicht benutzt. Äh. Gut. Dann sind wir hier fertig. Utility. Da war ich noch... Oder? Nee. Ah! Das macht dir so ein komisches Klacker. Fels haben Geräusche. Ja, die hab ich auch gehört. Und flüstern. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit. Zu speichern. Falls ich jetzt hier gleich ein Stromschlag fisch. Hm. Hm. Nee. Nee. Okay. Was hier? Weg von den komischen Geräuschen. Wir gehen jetzt wieder hoch. Upper Level. Wenn man da fehlt, ist Deckenfliese. Ah, nee. Scheint überall so zu sein. Ist wohl gewollt. So, ich kam. Und da. Jetzt gehen wir wieder in... Ah, hier sind wieder die Gegner. Wird angezeigt. To the elevators. Elevator. Und wir gehen... Fünfte Ebene umgeziefer Bekämpfung. Ich geh da mal hin. Nee, hier sitzt er da umgeziefer. Guck mal, hier, da liest schon was. Das wäre ja schön, wenn ihr mich nicht hier allein lassen würdet. Hier ist nur die Kausfläche. Der da bewegt sich schon. Hilfe. Hilfe. Ich schwadert nicht. Könnt ihr mal was machen, Alter? Spurenträger. Wilder. Du wilder, du. Muss ja gucken. Hier ist nix. Ah, okay. Ah, nee. Ich muss ja sowieso wieder an der 3D-Ebene. Obwohl hier zu gucken ist halt auch nicht schlimm. Hallo. Hallo. Luftschädel. Da geht's gut. Bäm, Alter. Bäm, Junge. Da hinten ist wieder so ne... so ne Pflanze. Kann ich hier rüber? Ich... Ich... Ich kann hier net rüber. Nee, ist doch... Ah! Ah, 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 ah. Meine Gliedmaßen. Sie sind so anmaßend. Die ist tot. Na gut. So. Dann, äh... Gehen wir jetzt wirklich wieder in die 3. Etage. Hier, die ungeziehter Bekämpfungsanlage ist ja fertig. Ah, nee. Ah, ah. Ah, ah. Was ist das Fieschen, ein Fiescher? Mal gucken. Wie ein Fiesch auftaucht. Das uns eine Wäsche will. Das ist eine Nahrungsmittelproduktion. Aber da will ich ja nicht hin. Ich will... Ich will in die 3. Etage. Ja, ja. Ich geh jetzt wieder dahin. Damit wir wieder rauskommen. Auch wenn die schön ist, die Volt. Äh... Ähm... Wo war denn da jetzt? Ja, die 3. Ebene. Dann hätte ich ja doch da durchgehen können. War das jetzt hier? Wie sieht die Map aus? Hä? Und jetzt? Ah, ja. Ja, 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 ja. Das ist die Ebene. Gut. Hätte ich doch in die Nahrungs... Nagelmittelproduktion gehen können. Müssen. Sollen. Wo war denn jetzt nochmal die Tür? Ah, die ist schon offen. Ne. Ist die jetzt offen? Ne. Oh, ich bin schon wieder falsch. Etwas zu wrong, weh. Etwas zu wrong, weh. Hä? Hä, aber... Aber hier ginge doch nicht durch. Also... Nochmal... Was ist das? Nochmal hier. Ne, geht nicht. Hier lang. Dann, äh... Wo war das denn jetzt? Wo war das denn jetzt? Oh. Ich hab's schon wieder vergessen. Das ist doof. So, warte. Pass auf. Ich geh jetzt nochmal hier. Und dann da. Wo war denn hier? Ah, warte mal. Ne, das ist ja auch... Das ist ja auch falsch. Das ist doch auch beschissen. Hier muss es sein. Wieso kann ich mir sowas nicht weg? Eigentlich hab ich eine gute Orientierung, aber... Jetzt gerade hapert's irgendwie. Schade, hapert. Ist das eine Scheiße? Ist das eine Scheiße? Eingangshalle war es aber nicht. Ah! Ah! Ja, ja. Ah, ja. Hä? Oh, Mann, ey. Ja, hier muss es doch sein irgendwo. So. Dann geh ich nochmal zum Elevator. Ich bin in der dritten... Ja, ich... Hä? Warte mal. Ich muss nochmal gucken. Volt... 22. Welche... Ebene? Äh... Okay, ich geh nochmal hier hin. Warum? Äh... Ich dachte, ich denke, ich kann... Äh... Na, im unteren Bereich, okay. Äh... Warte mal noch. Hier hatte ich was vergessen. Ich muss nochmal nach unten. Warte, ich muss mich vergessen. Warte mal. Warte. Und dann... Warte mal. Muss ich irgendwo... Aha! Das! So und dann muss ich kurz mal gucken, Geschichte, Flucht aus der Welt, Liste der ursprünglichen Bewohner, Layout, erste Ebene Eingangshalle, dritte Ebene Nahrungsproduktion. Diese Ebene wurde von Sponträgern an den Randen begonnen, Sponträgern, die ich wieder gesehen habe, nicht einmal so, aha. Oh Mann, Alter, ist das eine Kacke, ich muss jetzt wieder hoch, beziehungsweise irgendwo rund in die fünfte Ebene geht, glaube ich. Ich gehe mal in die fünfte Ebene. Aber erst mal gucke ich, die haben schon wieder so viel. Leute, ich mache jetzt, glaube ich, mal Schluss hier mit dem Leben und gebe mir eine Kugel und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn die wieder heißt Fallout New Vegas und dann sind wir hier in der Vault 22 wieder zum Gange und werden uns dann besser hier auskennen. Okay? Also dann, bis zur nächsten Folge, dann bin ich wieder ins Vorland, du wehörst mich!